Symbol der Herzkultur Das Yin-Yang mit Herzen repräsentiert die Idee der Herzkultur auf bildhafter Ebene. Das Yin-Yang-Symbol bildet das Urprinzip der Polarität ab. Es steht für polar einander entgegengesetzte und dennoch aufeinander bezogene Kräfte, die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen und sich in einem ständigen Prozess von Anziehung und Abstoßung befinden. Es zeigt einen Kreis als Symbol der Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit, innerhalb welchen Polarität als Grundlage der Wirklichkeit in Erscheinung tritt. In der Erweiterung des ursprünglichen Yin-Yang-Symbols stehen anstelle der beiden gegenpoligen Punkte zwei Herzen. Sie repräsentieren in Anlehnung an Goethe das zweite Urprinzip der Steigerung zum Höheren. Die Herzen symbolisieren die Liebe, die sich jenseits dieser Polarität als die eine allem zugrunde liegende universelle Essenz und als das Prinzip der Allverbundenheit zum Ausdruck bringt. Liebe ist die Steigerung zum Höchsten, die jegliche Polarität transzendiert. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.